In der heutigen News-Folge geht es um Ticketverkauf für Bahrain Grand Prix gestoppt, Regeländerungen für 2020 und 2021 abgesegnet, RTL bei allen drei Rennen nicht vor Ort, Krisengruppe wegen Coronavirus gegründet. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die Veranstalter des Bahrain Grand Prix haben den Ticketverkauf vorerst gestoppt. Zuerst möchten sie die Situation überprüfen, bevor weitere Tickets verkauft werden. Es kann auch sein, dass die Zuschauerkapazität noch verkleinert wird, dann würden die, die Tickets bereits gekauft haben, ihr Geld zurückbekommen. Am Freitag traf sich der VIA Weltrat, um in einem Dokument die Änderungen für die kommenden beiden Formel 1 Saisons abzusegnen. Folgende Änderungen gibt es am Reglement für 2020. Eine leichte Erhöhung des Mindestgewichts um ein Kilogramm der Boliden. Das liegt an den zusätzlichen Elementen zur Überwachung des Motors. Die Fahrer dürfen ihre Helmer zwischen den Rennen wieder ohne Einschränkungen ändern. Der abschließende Pirelli-Reifentest nach dem Abu Dhabi Grand Prix wird 2020 mit den Reifen für die Saison 2021 gefahren. Für die Saison 2021 sind folgende Änderungen vorgesehen. Die vorderen Frontflügelprofile wurden geändert, um Abwärtsströmungen zu vermeiden, um die Fahrzeuge noch enger gegeneinander fahren zu lassen. Um den Teams mehr wirtschaftlichen Raum zu geben, wurden die Endplatten des Front- und Heckflügels sowie an der oberen Karosserie geändert. Deutliche Verbesserungen der Festigkeit und der Energieabsorption des Chassis bei Aufprallen von vorne, hinten und seitlich. Viele Updates, um die Sicherheit der Boliden in Bezug auf die Hochspannung zu verbessern. Am Heckflügel und an der hinteren Crash-Struktur wurden auch Halteseile vorgeschrieben. Nicht nur in Vietnam wird RTL wegen des Coronavirus nicht vor Ort sein, sondern auch in Australien und auch in Bahrain. Die Produktion wird nach Köln verlegt. Man wolle somit die Mitarbeitergesundheit schützen. Der ORF wird Stand jetzt mit nach Australien reisen und was Sky angeht, werden sie wohl auch mit nach Australien fliegen. Aufgrund der zunehmenden Bedrohung des Coronavirus hat die FIA eine Krisengruppe ins Leben gerufen. Diese wird sich alle zwei Tage treffen, um sich zu beratschlagen. Bisher hatte die FIA mehrfach verkündet, die Situation ausführlich Beachtung zu schenken. Sie werden die Situation und die Auswirkungen mit Promotern und den Gruppenmitgliedern weiterhin beobachten und die Ratschläge von relevanten Behörden plus den Regierungen und der WHO Folge leisten. Der Kalender wird weiterhin untersucht, es kann aber zu Verschiebungen oder sogar zu Absagen kommen. Jüngstes Opfer einer Verschiebung ist das im April stattfindende Formel-E-Rennen in Rom. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich finde es gut, dass die Fahrer ihre Helme wieder ändern können, denn das haben einige Fahrer in der Vergangenheit bereits kritisiert. Die Änderungen für die beiden Jahre klingen eigentlich ganz gut. Es geht ja rein um die Erhöhung der Sicherheit und das sollte man ständig verbessern. Ich brauche ja zum Coronavirus ja nicht mehr viel zu sagen. Meine Meinung kennt ihr ja bereits, die habe ich in den vergangenen Videos ja schon zum Ausdruck gebracht. Von daher würde mich mal eure Meinung zu dem Virus interessieren. Stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von FreeGameTV. Er fragt, Hashtag frag Mike, warum hört sich deine Stimme in den Videos anders als in den Streams an? Heute mache ich mal eine Ausnahme, denn so eine Frage beantworte ich normalerweise nur in den FAQs wegen dem Hashtag frag Mike. Ganz einfach. Bei den Videos platziere ich das Mikro so nah wie möglich vorne an meinen Mund, während es in den Streams etwas weiter links von mir platziert ist. Von daher klingt der Ton in den Streams ein bisschen anders als in den Videos. Ach ja, wo wir gerade von den Streams reden. Ich streame immer montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags meistens ab 18 Uhr auf Twitch. Wenn ihr Fragen habt oder einfach mal vorbeischauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Link ganz oben in der Videobeschreibung. In den drei Wochen, welche ihr hier sehen könnt, werde ich wegen meines Berufs nicht streamen können. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.